Moin Moin und willkommen zur lustigen Gärtnerei hier bei Psychonauts 2. Wir versuchen bzw. wir versuchen nicht. Wir werden jetzt weitere Samen finden für unseren Agent Zanotto und da müssen wir halt mit dem hier jetzt mal weiter durch die Gegend eiern. Los geht's. Los geht's. Wir müssen diesen dunklen Dingern folgen. Fällt mir gerade auf, denn das ist der Weg, der uns zu den zweiten führt und einfach alle berühren. Das ist egal. Also einsammeln muss ich die nicht. Die Musik. Hier müssen wir hin. Und hinab. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den zweiten Samen finden. Der wird in dieser Flasche drin sein. Aber wir können uns nochmal hier diese ganzen netten Dinger nochmal holen hier. Oh, aber es schaffen wir noch. Gut. Hier ist nix. Das ist schon witzig gemacht alles, muss man sagen. Kann ich immer wieder betonen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dieses Spiel und wenn ihr eh den Game Pass habt, dann warum nicht gleich das Ding kaufen, oder? Denn Dappelot sie ist wirklich, also... Ähm... Was ist noch so'n Ding? Ich hab' keine Lust, die allein zu sammeln. Gebe ich zu, ich hab' gar keine Lust, die allein zu sammeln. So. Machen wir die Kralle? Ah, die haben wir schon. Ach, okay. Und... Stöpsel raus. Und... Kleiner Mann rein. Hui. Uh. Eine alte Piraten... Ein altes Piratenschiff. Aha. Ich weiß nicht, dass es so aus ist, aber das sieht schon ganz cool aus, muss man sagen. So, dann gehen wir mal darunter. Es ist ein bisschen dunkel, ich mach's ein bisschen heller für euch. Einfach nur... Weil ich's kann. So. Hui. Was ist da denn drin? Knollenbob. Ah, okay. Hey, du bist da okay? Was? Ich? Oh, ich bin groß. Danke. Oh, okay. Gut, also, wir können ihn befreien. Das machen wir auch gleich. Oh, danke. Denn der hilft uns ja definitiv dabei... So. Komm, wir mal raus. Der hilft uns ja bei, das Wasser weg... ähm... zu packen. So, theoretisch könnten wir jetzt runtergehen. Entschuldigung, dass das Wasser weg ist. Ich fühle mich so viel besser. Das ist, wo ich rauskomme. Danke für die Leere. Willkommen. Was? Wir haben dich von dieser Zeitbomb. Es ist nur ein Seed. Ah, aber... Ist nicht nur eine Seed nur eine Bombe? In slow motion? Hä? Okay, beim letzten Mal hat uns auch ein blöder Schmetterling alles weggenommen. Also, wir versuchen jetzt mal nach links zu kommen. Ein Schiff kann auch rein, sehe ich gerade. Ich lebe mich auch hoch. Ich lebe mich auch hoch. Komm ich dann hoch? Das ist ja merkwürdig. Aber jetzt... Jetzt sammle ich doch einen, ne? Eigentlich will ich die gerne gerne sammeln, aber... Wenn ich schon mal dabei bin, bin ich schnell mit hier draußen. Und hier rein. Huiiii! Das ist ein scheiß Schmetterling. Stehen! Affending. Ich weiß gar nicht, wovon er mich immer retten will. Hey! Ich bin zurück in der Mutterwelt. Das ist schon wieder, bevor sie für die Landschaft bezahlen. Nein. Stimmt, das sieht genauso aus wie... ... in diesemischen Leben. Oh! Wow! Die Tiere sind hier! Nein. Ah! Ich brauche hier das verlangsame Ding. Mhm. Das ist schrecklich. Das ist das kleine Viech da oben. Das ist das kleine Viech da oben. Wir müssen mal gucken, was ihn sauer macht. Irgendwas muss hier sein, was er nicht mag. Wir gucken mal. Da. Und er ist wieder froh. Das ist doch gut. Blöde Schmetterling. Hey, wo ist das Seat? Was ist das Seat? Oh, das Seat. Oh, ich habe es in einen Meer, weit weg. Genau. Hey, es ist nicht da drin. Nicht da drin, habe ich gesagt. Ja, ja. Wir glauben dir mal. Ja. Richtig. Nämlich gar nicht. Komm mit. Komm mit, Killer. Ich nehme dich für Schutz. Gute Idee. Die Flamingos sehen einfach Highlight nicht aus. Da. Oh, ich habe es in einem Meer verletzt. Oh, großartig. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Ich habe es hier in einem Moment. Ja. Also, die Steuerung ist geil gemacht. Die ist richtig schwierig zu gehen. Oh, hier sind auch Stacheln. Da müssen wir aufpassen. Weil er ist wirklich träge. Also, man muss immer wischen. So ein bisschen wie auf Eis. Nicht ganz so schlimm wie auf Mario Eis. Aber, so ein bisschen merkwürdig. Das sieht echt mal gut aus hier. Hey, du müsstest wirklich hier ein paar gelbige Kone stellen. Oh ja. Ich glaube nicht, du hast keine Golfschuhe drauf, hm? Da springen können wir nicht. Warten, bis es zurückkommt. So, da vorne geht es gleich weiter. Wenn du beginnst zu schlafen, erinnere mich, dass du in den Schlafen stehst. Oh ja. Ist das... Oder vielleicht ist es ein Weg von der Schlafen? Haha. Der labert auf den Schwachsten. Ich denke, was dieser Stacheln ist los. Okay. 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 Also, ich sehe da diese abgefakten. Die können wir nicht drauf treten. Da können wir nicht drauf treten. So müssen wir nicht einen genauen Weg finden, hm? So müssen wir einen genauen Weg finden, hm? Ich höre einen Krack. Wir sehen uns, du stecken. Okay. Da geht es gerade nicht so viel weiter. Ich muss da hinten hinwenden, hm? Okay. Ein kleines Gras mit den Wundern für diesen Fluss. Hier geht es raus und dann... Geht leicht, junger Lord. Ich weiß, wie ich kann... Wow! Das... Geht aber auch sehr wackelig. Das ist der Hammer. Na, komm mal rein. Ah, being back in this place really brings up some... Brings up some... Okay, hat alles weg gemacht. Das finde ich cool. Oh, are you headed down to the boss's office? I do not envy you. Hier haben wir auch schon. Also im Original natürlich. Ich habe diesen Ort gebaut. Recruited by Ford Crawler himself. Nehmen wir es jetzt. Ich würde es lieben, Truman zu bekommen. Super. Noch einen Samen. Ich habe einen anderen. Das ist großartig, nicht wahr? Ich bin weg, um mehr Ziele zu finden. Okay. Das ist die nächste Flasche. Oh. 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 Wir müssen nur den gelben Blumen folgen. Okay. Oh. 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 Siehst du was? Die ist lustig. Kann man nicht einfach absprengen, okay? Das ist auf unserer Tasche. Early in the Night, or I love she rises. Musik, ne? Early In the Night, or I love she rises. Da ist die Flasche O-Wesend von einer Seite gekommen. Runde erinnert mich ein bisschen an Super Mario Galaxy, kleine Welten hier. So, alles rein. Stopp! Und guck mal so scheiß... Plopp! Super. Und hin da ein, noch gucken, was uns hinführt. Kriegen wir gar nicht alle. Autschi. Naja, haben sie ja geschafft. Ein bisschen kaputt die Sachen, aber was soll's. So, da ist schon ein Samen. Na, kriegen wir ihn einfach so? Natürlich nicht! Hey, jetzt. Häng auf da. Was? Was ist falsch? Ich habe nichts gemacht. Du warst nicht bereit, das Seat zu holen. Ha, ha. Hol das, was? Oh mein Gott. Ich habe das nicht gesehen. Lass mich das holen. Nein, warte! Nein, Mann! Danke für den Tipp. Das war natürlich ein bisschen dumm von uns jetzt. Na ja. Hey, glad you could come. I love a good wedding, don't you? Now then. To the champagne tower, my good man! Okay, da kommt da. Ich weiß nicht wo. Name für mich dieses Monster, der mich so knapp über das Seat baut. Oh, ich muss schnell sein. Ich muss ja richtig schnell sein. Bin ich gerade? Okay, versuch mal. Ich hoffe, du hast mich nicht zurück in deinem Nest, um etwas zu füllen. Ha. Oh, mein Lauf! Lauf! Nein! Hinter diesem blauen Baum schon fest. Okay, nochmal. Sag mal. Name für mich dieses Monster, der mich so knapp über das Seat baut. Kann ich dir auch verlangsamen, das Ganze, ne? Ja? Ja? Ich kann dir Hilfe von dir! Ist es grün? Da hätte ich schon hoch springen müssen. Ah, an diese... Okay. Ab jetzt gesehen, man kann da oben an diese... An diese Dinger ran springen, dass man da schwingen kann, okay? Machen wir. Häng mich da ran! Oh, das kann ich... Okay. Alle guten Dinger sind sechs. Und fliege und fliege! Häng mich runter, wäscher Dämon! Okay. Ja, okay. Findet man hier etwas Wanderes? Also, man muss hier wirklich verdammt viel sammeln, ne? Das ist wirklich ein bisschen nervig. Aber guck mal hier, pass auf! Oh! Wow! Gerade noch geschafft! Huiiii! Kann man nicht kaputt schießen? Da bist du doch! Bleib schön, Fluffy! Almost had it! Hey! Don't get so close! Wait! No! I want that! Gib mir das doch einfach, du Affe! Wait a minute! Hä? I don't know about this place. Könnte ein großer Kuchen sein. Okay. Okay. Ui, jubi, jubi, jubi! Wow! Ach so. Okay. Hier sind die Gäste. Die können doch alle einsam, wenn wir schon hier sind. Oh! Oh! It's immune to clairvoyance right now. Almost here. I just need to focus a little longer on clairvoyance. How come? Oh! 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 iantly I reiterate! I just need to focus a little longer with my clairvoyance. So come. Yeah! I think I need to figure out what is causing it. Let's see if we can get to the heart of this bad mood Ah! Okay, er sich mal hier aus aggressilah Bah陛. Love you! Okay. Okay Yes, da machen wir ein bisschen Breakdance hier Ich glaube ich höre ein bisschen emotionales Was ist das so? Wir haben eh keine Das ist was ich hier meine Die drei auch noch mit hier Und den letzten, den einsamen Gast hier Am Singletisch Gehen wir auch mit Da bist du doch, bleib stehen Schau, ich habe Bob bereits zwei von diesen Säden gegeben Sie sind harmlos Du, was? Du hast keine Ahnung, was du getan hast, oder? Zeit, um ehrlich zu sein Ich sehe schon, dass wir hier etwas Zeitmäßiges brauchen Ich bin aus dem Platz, um dieses Ding zu schlafen Oh, das ist gut Niemand hat eigentlich ein Weihnachtsgarten, oder? Was ist das? Oh, ich liebe die Weihnachtsgarten Ich liebe die Weihnachtsgarten Hier, Junge Geh mich raus Ich will nicht die Zeremonie missen Wo ist er denn? Ich bin jetzt mal da rüber 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 Oh nein! Das ist mal Ballon gewesen Heu? Ich bin jetzt einfach bonus Ich bin jetzt für Kaffee Ich bin jetzt für Kaffee Das ist okay. So nochmal. Achja, das war dumm. Den Soberpflicht. Noch durch. So. Klapp. Ah, okay. Die Klinik erländen. Aber wo sind wir denn jetzt hier? Was ist das denn? Kann ich rausspringen? Ah, okay. Da bist du. Du willst mit? Dann komm mit. So, jetzt geht's los. Ja, ich bin gut. Ich bin gut. Es macht viel zu schrauben. Das ist ein bisschen zu schrauben. Ist das einfach nicht? Ja, das ist gut. Ich fühle mich ein bisschen weg. Und ich will nicht zu schrauben. In der Ceremonie. Oh. Siehst du was ich meine? Für mich aber gut, denn ich kann da jetzt ran. Schrauben. Okay. Die beiden haben geheiratet? Ach, Quatsch! Wenn ich es brauchte, dann habe ich es gebraucht, hast du mich wieder geblieben. Ich mache es. Schön, dass du dich wieder sehen kannst, Helmut. Ich mache mich sicher, dass es wieder zu Bob kommt. Der dritte? Er ist weg, nicht dahinten. Er ist da oben. Ich habe nur drei Samen für drei Töpfe, ne? Ja, Bob, du hast es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Warum bist du so nervös? Ich bin nur... Ich beginne mich zu erinnern, warum ich diese Töpfe habe. Oh, oh. Oh. Du hältst hier ja, mein Monstro, ja. Ich habe dich bemerkt und ich bemerkt. Aber hörst du dich? Nein! Aber keine Angst, ich bin hier, um dich zu retten. Wieder. Oh? Oh? Hey, was machst du ihm? Lass ihn allein! Ich protecte ihn! Protecte ihn? Von was? Du wirst herausfinden. Find out! Oh, oh. Ei, 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 ei. Und jetzt? Okay. Nutzt er, um deine Position zu ändern. Okay. Oh. Ah, so. Okay. Klar kriegst du deine eigene Medizin zu spüren. Ah. Aber ich will hier gar kein Leben hier sein. Boah! Da krieg ich dann kein Leben! Ach, da krieg ich immer wieder Leben. Okay. warte ich kann dagegen fahren passiert mir nichts mein leben bleibt die ganze gleich verstehe ich jetzt nicht naja vielleicht kann man da ist es nur weil ich weil ich gegen das das gegen die tür mal ich weiß es sind ich weiß es sind Oh Und da rein Aber ich will gar kein leben schaut man auch mit mir kein leben Warum will ich kein leben Ich habe nichts Kein schaden beim fallen aus unbesiegbarkeit ist auch aus Also alles ist aus ich hab nichts aber ich will da kein schade leidet Okay, machen wir an Okay, und jetzt machen wir es wieder aus Aber das habe ich nie angehabt Seht mal, sieht mal aus, ich stehe auf aus Warum ist das so? Hier rüber Da Am kurzen machen wir hier Hey, äh, maybe das... Ich glaube, ich denke, es soll nicht so gut sein Ich glaube, es soll nicht so gut sein Das muss sich nicht so gut sein Oh Oh Das muss sich nicht so gut sein, ich meine Was mach mit deinem Geist Das muss hier irgendwann so ein Dings sein hier so ein Muss ja irgendein Fehler seinem Spiel auf einmal kein Leben mehr verliert hier aber ich weiß Ist ja ausgestellt wird auch nie angestellt Wie kannst du das machen? Du liebst ihn! Liebe? Haha, ich liebe ihn nicht wirklich. Wenn ich das hätte, wie könnte ich ihn allein lassen? Helmet? Helmet würde das nie sagen. Oh, das ist ja... Hey! Oh, ich bin etwas wild hier. Oh, ich bin etwas wild hier. Nein! Oh Gott, du... So, haben wir jetzt... Sieht jetzt? Hm... 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 You're not so bad at gardening yourself. Hm... Think you can handle them now? Willing to give it a try. How about those? Well... I'll just take them one at a time. Genau. So, jetzt kommt die Raupe... äh, die Randrent nicht weg. Das ist in der Blumen. Bottle caps, auch. Hey, das auch. Wir recyclen plastic, jetzt. Kannst du das? So, Agent Sonato... Think you could help me with a little... ...yard work? Wow. What a mess. Yeah. I mean, it's impressive as far as strength and mass, but in terms of aesthetics, it's all over the place. You talking about the vines or that beard? Who's this? Helmet. So, this is where you ran off to. Figures. What? It's me, Bobby. It's your Psy King. But... How? Where's your body? I was lost for a long time. Until this one found me. Body's on loan from the mail room. Hang on. Borrowed lips. Wouldn't be right. Yeah. And he's not as cute as you either. Well, neither are you right now. Come on. Let's at least wash that beard. What's that smell? Mushrooms? You know I hate mushrooms. I know. So, wer weiß, was dich in Nonas' Verstand erwartet. Bestell dir sicher, dass du gut vorbereitet bist, bevor du die Astral-Drehbank aktivierst. Okay, gibt's hier so'n Automaten. Da. Geh mal kurz hier rein. Kurz mal gucken. Da. Geh mal kurz hier rein. Kurz mal gucken. Nehmen wir kurz mal. Run aufgestiegen. Ich glaube nicht, ich brauche jetzt noch mehr Gadgets. Gut. Du kannst aber hier was machen. Wir haben ja sieben Punkte. Natürlich. Objekt, die feststecken werden schneller rausgezogen. Fügt deinem Bodenschlag eine strahlende Schokolade zu und die Gegner zurückschüsst. Das machen wir dann einfach mal. So. War teuer genug. Gut. Und was können wir hier noch kaufen? In deinem Leben. Haben wir eh nicht genug. Okay, das war's gut. Na gut. So. Gut. Aber ich würde sagen, ähm, das war's für heute auf jeden Fall. Ähm. Wir gehen hier rein in das Gerät, aber erst bei der nächsten Folge, denn sonst macht das keinen Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss. Alles Gute auch toll. Can I go in? Telefonium ist ja nicht mehr l Portugal. Ken Bangs.